so hallo und herzlich willkommen zum zweiten teil von kapitel 11 den grundlagen zur funktional wir waren stehen geblieben mit satz 11 4 beziehungsweise erfolgung 5 und das war im wesentlichen diese aussage dass der integral operator den wir am anfang definiert haben wenn wir eine l1 funktion reinstecken auf eine ck funktion abbildet das versatz 4 im satz beweis von satz 4 haben wir dann diese folgerung hergeleitet nämlich genau diese normabschätzung für sf in der supremums norm das war sozusagen der letzte schritt wo wir stehen geblieben sind und jetzt wollen wir ein bisschen weiter machen und wollen passieren wollen untersuchen was passiert wenn wir jetzt in sk nicht nur 1 in skappa nicht eine einzelne l1 funktion reinstecken sondern eine ganze menge von l1 funktionen aber nicht irgendeine menge sondern eine beschränkte menge dann werden wir zeigen in satz 11 6 dass dann natürlich was in ck rauskommt das muss nach 11 4 sein aber wir wollen dann sogar sehen dass das was in ck rauskommt tatsächlich gleich stetig ist und das ist satz 11.6 wenn wir eine beschränkte teilmenge haben in l1 von k wobei das k immer noch das kompaktum in l hoch n ist dann kommt wenn ich das ding durch den integral operator jage eine gleich stetige menge in c von k raus ja und das wollen wir jetzt erstmal beweisen der beweis der ist jetzt nicht so wirklich tricky an sich wir brauchen nur quasi einen input in anführungsstrichen und zwar brauchen wir einen kleinen topologischen satz den wir jetzt hier nicht beweisen wollen den man jetzt einfach mal glauben kann wenn man die nicht glauben will sage ich natürlich auch wieder wo es steht also beweis von 11 6 der topologische satz wie gesagt den ziehen wir jetzt ganz am anfang vor dem werden wir gleich einmal kurz benutzen und dann ist fertig also topologischer satz wir werden auch gleich sehen warum es ein topologischer ist und kein funktional analytischer wir nehmen uns zwei metrische räume und wir setzen voraus dass m ein kompakter metrischer raum ist und wir nehmen eine funktion f die soll stetig sein von m nach n dann ist das f sogar schon gleichmäßig stetig also das heißt wenn ich mein urbild raum von f kompakt wähle dann ist stetigkeit sozusagen äquivalent zu gleichmäßigen stetigkeit wobei mit dem gleichmäßig stimmt dem äquivalent natürlich ein bisschen aufzupassen ist natürlich gilt die umkehrung wenn ich eine gleichmäßig stetige funktion auf eine stetige funktion aber die richtung wie sie hier ist die gilt halt nur unter der zusatzvoraussetzung dass dieser metrische raum ein kompakter metrischer raum sondern der beweis für diesen satz der steht in caballo wo auch sonst caballo 2011 also im grundkurs und ist da satz a punkt 2.9 also auch ein satz im anhang der steht aber natürlich zu ersatz auch in fast jedem topologie buch das ich kenne also der steht wenn ich mich nicht ganz doll irre im jähnig drin im querenburg und ich glaube auch im tönnissen wobei der ja eher algebraische topologie macht als mengen theoretische ganz sicher steht sie im querenburg drin das ist sozusagen der satz den wir jetzt benutzen wollen und jetzt müssen wir im wesentlichen schauen was was für voraussetzungen haben und zunächst einmal wissen wir halt okay l1 ist ein metrischer raum weil das ist ein normierter raum mit enorm induziert ja gerade eine metrik das heißt wenn wir dieses kappa haben so wie es haben es ist ja ein kappa in c von k quadrat das heißt wenn ich einfach k und k als m und m wähle dann ist das m auf jeden fall kompakt weil das k kompakt ist und das kappa ist eine abbildung in c von k nach k sondern von k kreuz k nach k ja so was definiert das heißt ich kann diesen topologischen satz sofort anwenden und sagen okay kappa wie ich das in 11 1 definiert habe als kern ist sogar eine gleichmäßig stetige abbildung und darauf basiert im prinzip dass das ganze argument was jetzt kommt also nennen wir diesen satz einfach mal sternchen und anderes sternchen drin ja aber das hat eine nummer okay das heißt dieses sternchen was wir jetzt da oben ohne beweis einfach mal schlucken das sagt gerade aus kappa wie in 11 1 also dieser stetige kern ist gleichmäßig stetig mit der begründung die ich gerade so implizit mündlich gesagt habe im wesentlichen setzt man einfach m und n als das kompaktum fest und dann hat man es da stehen beziehungsweise das eine nennt man als k quadrat das ist dann natürlich auch noch kompakt weil wenn ich eine kompakte menge ins kreuzprodukt mit einer anderen kompakten menge schreibe dann kommt eine kompakte menge dabei raus zumindest in metrischen räumen und mit dem normalen kompaktheits begriff also entweder über deckungskompakt oder folgenkompakt in metrischen räumen ist es ja das gleiche wenn man natürlich einen exotischen kompaktheits begriffen wie sigma oder parakompaktheit ich habe keine ahnung was dann damit passiert das muss man untersuchen ist jetzt aber natürlich auch nicht gegenstand dieses satzes aber ich wollte es nur mal gesagt haben also man kann jetzt auf jeden fall diesen topologischen satz eben auf dieses kappa werfen wenn man einfach im und n passend wählt ja jetzt muss man im wesentlichen zeigen wenn wir so eine l1 menge haben die beschränkt ist dann kommt eine gleichstätige menge raus das heißt wir müssen jetzt irgendwas mit dem epsilon machen das heißt wir nehmen uns mal ein epsilon irgendein epsilon größer 0 und der einfachheit halber für die notation setzen wir einfach wie was in der definition auch haben s gleich s kappa das heißt ich schreibe jetzt mal s statt s mit dem index unten dran einfach um es ein bisschen von der vom aufwand der notation her klein zu halten so jetzt haben wir oben stehen das ist gleichmäßig stetig das heißt wir können einfach mal die definition reinjagen das heißt es existierten delta größer 0 so dass folgendes gilt wenn der betrag t1 minus t2 kleiner gleiche delta ist dann folgt dass der betrag kappa von t1 kommer ist minus kappa von t2 kommer ist dass das kleiner gleiche epsilon ist für alle s aus k wieso für alle s naja doch stetig werden zweiten argument für alle s in k es ist ja stetig auf k quadrat also in jeder komponente insbesondere das ist einfach nur die gleichmäßige stetigkeit hingeschrieben das heißt wir können jetzt einfach mal versuchen mit dieser abschätzung zu schauen wie weit wir mit dem mit dem abschätzen der bilder kommen also das heißt für t1 minus t2 kleiner gleiche delta das ist ja die voraussetzung für diese gleichmäßige stetigkeitsabschätzung wir brauchen da folgt dann natürlich wenn ich jetzt die bilder betrachte dass das bild s f von t1 minus s f von t2 natürlich nach definition erstmal nichts anderes ist als das integral über die differenz integral über die differenz schätze ich jetzt mit der dreiecksumgleichung nach oben weg und bekommen das integral über das kompaktum betrag kappa von t1, s minus kappa von t2, s und das ganze eben mal den betrag f von s also da steckt jetzt nichts anderes hinter als die dreiecksumgleichung für integrale naja das hier das ist gerade kleiner gleich epsilon nach der voraussetzung hier oben ja und wenn ich hier nur das betrag f s drin stehen habe ist das gerade die l1 norm von f ja diese l1 norm von f ist aber natürlich endlich denn wir setzen ja eine funktion in l1 raus das heißt die ist gerade quasi so charakterisiert dass diese norm hier unendlich ist das resultat nehmen wir jetzt sternchen 1 und jetzt nehmen wir uns also einfach eine teilmenge a aus der menge l1 von k also a teilmenge und setzen natürlich jetzt gemäß des satzes voraus dass das ding beschränkt sein soll ja dann ist mit stern 1 klar dass s von a gleichstetig ist weil das steht gerade hier na ich kann dieses kann diese bedingung hier unabhängig machen davon wie dieses unabhängig das delta unabhängig vom f halten so gucken wir nochmal ganz kurz in die begrüfflichkeit rein als kleine wiederholung wo hatten wir das mit der gleichstetigkeit hier in kapitel 4 na da hatten wir also gerade hier die die bedingung dass so eine funktionen menge in c von m n gleichstetig ist wenn ich das epsilon wenn ich für das jedes epsilon großer 0 so wie wir das jetzt gerade gewählt haben das delta in der bedingung hier oben wenn ich das unabhängig von f wählen kann ne und wenn ich jetzt halt eine menge beschränkten funktionen reinballern dann kann ich das hier hinten ja uniform abschätzen durch irgendeine konstante das heißt ist nun a aus l1 von k beschränkt dann existiert eine konstante c die soll natürlich größer 0 sein mit naja dass die norm f in der l1 norm kleiner gleich ist als das c für alle f in a das heißt mit sternchen 1 also ich weiß auch nicht warum ich das die einzelne gerade aus den klammern raushalte das heißt mit sternchen 1 folgt dann ja norm beziehungsweise trag sf von t1 minus sf von t2 ist kleiner gleich epsilon mal diese uniforme konstante für alle a das ist einfach die beschränktheit hier drin ja und dann haben wir entsprechende gleichstätigkeit gemäß definition also definition sagt wenn ich das a in s rein werfe ist das eine gleichstätige menge in c k weil ich eben durch die beschränktheit gewissermaßen diese uniforme konstante finden kann durch die ich dann die norm nach oben abschätze also ist gleichstätig in c von k oder gleichstätige menge in c von k auf jeden fall geht das hier ein bisschen schöner so und das war ja genau die behauptung also wenn man diesen topologischen satz glaubt der prinzipiell vom beweis her dann auch nicht ganz so schwierig ist dann ist der der rest des beweises eigentlich nur hinschreiben dessen was wir über gleichmäßige stetigkeit wissen nämlich hier dieses dieses epsilon delta geschacher dann müssen wir halt für die geeigneten t1 t2 einfach mal hinschreiben was die differenz der bilder sein soll und dann kriegen wir hier gerade die abschätzung für den kern so geschenkt wie wir sie hier oben hinbekommen haben und den rest muss man dann halt durch diese uniforme beschränktheit nutzen gut das wäre im wesentlichen alles zu diesem satz 11.6 jetzt wollen wir da eine kleine folgerung noch draus ziehen die einfach nochmal was zusammenschmeißt was passiert wenn ich jetzt hier nicht beschränkte teilmengen in l1 nehme sondern beschränkte teilmengen in lp dann passiert nämlich folgendes ich muss die gleichstätigkeit aufweichen aber ich kann die gleichstätigkeit halbwegs retten und zwar durch relativ kompakt das heißt wenn ich eine beschränkte teilmenge von lp habe auf dem kompaktum und ich bilde das ding mit sk ab oder es kappa ab dann kommt eine relativ kompakte teilmenge von c von k das heißt wenn ich die menge abschließe hinterher ist sie kompakt und dieses zusammenspiel zwischen beschränkt gleichstätig und relativ kompakt insbesondere mit präkompakt das schreit gleich im beweis schon nach dem theorem von asela askul und den werden wir jetzt auch einfach mal anwenden der beweis der ist tatsächlich recht kurz deswegen also der name folgerung ist auch einigermaßen gerechtfertigt auch wenn man sich da immer ein bisschen über streiten kann aber das ist jetzt beweis von folgerung 11 7 dann kombinieren wir das mit den folgerungen also den abschätzungen aus 11.5 und dann nehmen wir den satz von asela askuli also mehr brauche ich eigentlich gar nicht hinschreiben wir machen das aber natürlich noch mal ein wenig genauer also der satz von asela askuli sagt präkompaktheit ist äquivalent zu relativ kompakt relativ kompakt in einem kompakten metrischen raum in kompaktem metrischem raum das ist gerade das was wir im wesentlichen stehen haben in 4.10b das waren so ein paar folgerungen wie das jetzt in allgemeinmetrischen räumen aussieht und wie das speziell in kompakten metrischen räumen aussieht so jetzt ist allerdings natürlich eine kompakte teilmenge von r hoch n wenn ich die norm darauf einschränke vollständig das heißt es reicht zu zeigen dass das ding gleichstätig und beschränkt ist das ist der wesentliche teil also kompakte teilmengen von r n sind vollständig wenn ich die norm geeignet einschränke also vollständig unter normeinschränkung also sonst natürlich nicht weil wenn ich eine teilmenge von r hoch n nehme die kompakt ist dann schließe ich die ab kommt das gleiche bei raus beschränkt und abgeschlossen wenn ich aber natürlich die norm beziehungsweise den zielraum nicht einschränke kriege ich natürlich durch den abschluss der kompakten teilmenge nie den gesamten r hoch n aus das heißt ich muss hier unter normeinschränkung arbeiten weil ansonsten geht die vollständigkeit natürlich flöten wenn der oberst warum zu groß ist weil die kompakte teilmenge die kann halt nicht ganz r n sein weil im r n sind kompakte teilmengen das ist heine borel im wesentlichen ja gerade die teilmengen die abgeschlossen und beschränkt sind beschränkt kann aber nicht gleich ganz hoch n sein weil der ist ja gerade unbeschränkt genau so jetzt ist also die gleichstätigkeit klar nach 11 6 weil wenn ich es wenn ich jetzt quasi diese teilmenge nehme die beschränkt ist in lp dann schiebe ich die wieder auf die gleiche an und weise mit s kappa rüber und dann kriege ich eine beschränkte teil eine gleichstätige menge raus also gleichstätigkeit klar nach 11 6 ja und die beschränktheit folgt aus den abschätzungen in l5 so und warum das insgesamt reicht gucken wir uns jetzt nochmal im satz von acela askuli wirklich an weil es ist besser wenn man das vor augen hat quasi weil dann sieht man ungefähr wo wir hin wollen also wir wollen quasi dahin dass wir sagen können dass irgendwas relativ kompakt ist das heißt wir wollen zeigen dass es beschränkt abgeschlossen und gleichstätig ist so jetzt können wir das kompakt mit 4.10 b ich hoffe das ist richtige nummer gewesen können wir können wir präkompakt und relativ kompakt können wir in vollständigen räumen äquivalent ersetzen vorausgesetzt wir haben quasi einen metrischen raum im hintergrund liegen bzw. ein vollständiger raum ist dann quasi vorhanden so schwieriger deutscher satz das heißt wir können hier das kompakt durch relativ kompakt ersetzen weil wir eben diese vollständigkeit voraussetzen können das ist der teil der sagt uns quasi relativ kompakt kompakt ist in dem fall wurscht das nächste was wir hier haben ist wir müssen dann zeigen oder für den acela askuli müssen wir dann zeigen um zu zeigen dass das hier relativ kompakt ist das ist beschränkt abgeschlossen gleichstätig ist das wollen wir machen so beschränkt heit beschränkt heit sind die abschätzungen 11.5 also diese wo haben wir es hier diese beiden die abschätzung für die supremums norm sf daraus folgt natürlich sofort die beschränktheit des bildes ist ganz logisch ähm was müssen wir dann als nächstes zeigen wir müssen zeigen die gleichstätigkeit gut die gleichstätigkeit ist wiederum klar nach 11.6 weil das bild geht nach einem analogen argument natürlich wieder genauso in die lp norm über nur dass hier halt p hoch 1 durch p steht aber die das ist für die dreiecks ungleichung halt völlig egal beziehungsweise wenn es nicht die dreiecks ungleichung ist nimmt man entweder hölder oder minkowski also das ist ein analoges argument naja und abgeschlossen ist es durch die kompaktheit das heißt alle ähm voraussetzungen sozusagen die im satz von acela askuli hier auf dieser seite stehen an diese menge von diese funktionen menge die sind erfüllt das heißt die menge ist kompakt und relativ kompakt und kompakt ist nach 4.10b halt gerade äquivalent das ist der weg dieses beweises das heißt hier raus ist quasi alles gesagt also es ist wirklich eine folgerung wenn man könnte eigentlich hinschreiben folgt aus sternchen 1 äh l5 und satz von acela askuli so steht es auch bei mir hier gerade ähm mit zwei zeilen kommentar nämlich diesen hier gut also das ist quasi das abbildungsverhalten wenn ich jetzt nicht eine einzelne funktion reinknalle sondern eine ganze menge von lp funktionen wird uns im weiteren jetzt nicht mehr großartig beschäftigen ist aber mal ganz nett zu wissen so also wir waren hier stehen geblieben bei der 11 7 und jetzt werden wir halt eine kurze bemerkung machen nämlich wir wollten ursprünglich ja mal als wir das erste mal diesen integral operator in kapitel 7 uns angeguckt haben da haben wir ja als einen der zentralen resultate wenn man das so nennen möchte quasi gezeigt was die operator norm ist nämlich gerade die l1 norm von dem von der funktion die da reingesteckt wird und jetzt können wir zeigen wenn wir den integral operator wie in 11 1 nehmen dieses skappa und wir betrachten die operator norm bezüglich 11 von c k dann kommt gerade die zeilen integral aus das heißt in in formeln es gilt dieser zusammenhang wenn ich eben norm von s kappa nehme in der 11 von c k norm das müsste ein geschwungenes l sein eigentlich ähm dann kommt norm kappa in der zeilen integral norm raus geschwungenes l das ist also gerade ein stetiger operator von der menge c von k in sich selbst das ist natürlich irgendwie logisch weil es bildet ja sogar l1 in c von k ab und c von k ist eine teilmenge von l1 also das ist relativ klar dass das was daraus kommt stetig ist im wesentlichen ist es eine verkettung stetiger operatoren gut ja das müssen wir jetzt einmal kurz nachrechnen das geht aber auch relativ nett äh zack so also beweis von 11 8 also ja was müssen wir zunächst mal zeigen wir müssen im wesentlichen zwei sachen zeigen einmal ich gehe nochmal kurz zurück einmal müssen wir zeigen dass die operatornorm bezüglich l von ck kleiner gleich der zeilen integral norm ist das ist gerade die abschätzung l5b also das folgt gerade hier raus weil was ist diese operatornorm das ist das supremum über alle x gleich 1 also über alle f norm f gleich 1 und dann das supremum über die dinger genommen und dann sehen wir hier das muss schon mal kleiner gleich als das sein ähm weil eben hier hinten die norm f gleich 1 wird warum ist es denn b ach ja wegen der zeilen integral norm logisch na weil die norm hier hinten wird 1 wenn ich nur über die entsprechenden f normiere weil ich ja die supremums norm habe die supremums norm ist ja gerade der fall unendlich sozusagen und dann bleibt hier nur noch diese zeilen integral norm stehen wenn ich hier die operatornorm drauf schmeiße das heißt damit ist quasi die erste richtung also das kleiner gleich abgefrühstückt das heißt wirklich zeigen müssen wir nur noch dass die zeilen integral norm immer größer gleich als diese operatornorm ist und das machen wir jetzt nachdem wir kurz einmal aufgeschrieben haben was ich gerade gesagt habe also kleiner gleich folgt aus 11 5b und nach definition der operatornorm das ist glaube ich selbstverständlich ja und jetzt müssen wir in den anderen fall wegdiskutieren dafür nehmen wir uns jetzt mal wieder ein epsilon größer 0 vor na standardmäßig also sei nun epsilon größer 0 ach das ist ja rechtsblick auf dem stift man lernt nie aus ja jetzt nehmen wir uns ein tau aus k und zwar derart dass die zeilen integral norm von kappa also sei tau aus k mit der zeilen integral norm von kappa ist gerade genau das integral über das kompaktum betrag kappa von tau komma s also wir nehmen im wesentlichen wenn man sich an die definition erinnert steht ja hier eigentlich das supremum vor aber wir nehmen einfach genau das tau raus für das das supremum erzeugt wird das spart ein bisschen technik und das muss natürlich existieren weil das zugrunde liegende über die zugrunde liegende menge ein kompaktum ist so jetzt haben wir beispiel 7.12 gehabt das war dieser integral operator mit f in c von k und ein j von g von f das heißt wir wissen folgendes aus beispiel 7.12 folgt ja es existiert ein f stetig auf dem kompaktum mit der supremums norm von f ist kleiner gleich 1 das alleine ist natürlich noch nicht spannend aber jetzt kommt ein und und norm s kappa von f ist größer gleich als betrag s kappa f von tau so das heißt hier setzen wir jetzt dieses tau ein wo gerade hier oben der genaue wert der zeilenintegralnorm angewendet wird diese norm f sub kleiner gleich 1 das ist eigentlich nur dafür interessant dass wir gleich den bogen schlagen zur operatornorm aber das sehen wir dann gleich jetzt kann ich aber dieses betrag s k von f einfach mal in die definition von s k reinschmeißen das ist dann nämlich einfach der betrag integral kompaktum betrag beziehungsweise ja brauchen wir nicht kappa von t, s tau, s entschuldigung dann kann ich auch das kappa nochmal richtig schreiben also kappa von tau, s ds ja und was haben wir eingesetzt wir haben eingesetzt das f das heißt hier kommt mal f von s hin jetzt schätze ich das ganze nach oben ab so jetzt ist es jetzt quasi umgekehrte dreiecksungleichung also nach oben abschätzen heißt ich habe hier das integral über kappa über k betrag kappa von t tau, s wir haben immer noch dieses eine spezielle tau und davon ziehe ich jetzt das epsilon ab also das hier ist immer größer gleich als das ich lasse quasi das weg das kann ich machen, weil dadurch mache ich es maximal größer weil die norm f in der supremumsnorm kleiner gleich 1 ist und dann ziehe ich nur das epsilon sicherheitshalber ab und dann lande ich auf jeden Fall bei größer gleich das hier ist aber gerade die zeilenintegrale Norm von kappa minus epsilon so, jetzt lässt man epsilon gegen 0 gehen daraus folgt größer gleich und daraus folgt also insgesamt die behauptung ich überlege gerade nur was das mit beispiel 7.12 zu tun hat gucken wir nochmal ganz kurz rein jetzt hatten wir da, wir hatten kompakt L1 dann diesen integraloperator jetzt denken wir uns einfach mal g als den stetigen Kern ne ja doch g als den stetigen Kern das kommutiert ja das heißt wir haben hier genau diese Struktur des Operators das war ein stetiges lineares Funktional das gilt natürlich immer noch und die Operator-Norm ist die L1-Norm des Kerns sozusagen ach Quatsch das g setze ich ein das f ist der Kern äh ja was das damit zu tun haben soll weiß ich jetzt das schließt sich mir gerade nicht ganz also ich meine die Existenz die ist natürlich auch völlig unabhängig von diesem Beispiel 7.12 hm äh wir klammern das einfach mal ein ich glaube man braucht es halt wirklich nicht aber ich bin mir gar nicht ganz sicher also ich ich ändere das im Skript entsprechend gucke einfach mal nach hinter also wie gesagt dass so eine Funktion existiert die das erfüllt das ist logisch weil das ist halt ein linearer Operator und insbesondere ist das Ding stetig das heißt wenn ich hier die Operator-Norm bilde dann kann ich ja das Supremum über alle Normen f sub kleiner gleich 1 nehmen und meine da sind natürlich alle ähm Funktionen in der Einheitskugel bezüglich der Supremumsnorm also dass das Ding existieren muss das ist ganz klar und dass es diese Abschätzung erfüllt das ist dann auch logisch weil eben diese Zeilenintegral-Norm existiert genau also wie gesagt der wichtige Trick ist dann hinterher diese Abschätzung mit der umgekehrten Dreiecksumgleichung dann das Epsilon gegen 0 schieben und dann hat man genau diesen Grenzübergang und damit diese große Gleichrelation weil das Epsilon eben beliebig war also ganz ganz klassischer Standard-Trick so jetzt überlege ich was strategisch sinnvoll ist nochmal cutten oder durch es kommt jetzt nur noch ein Satz aber es kommt noch ein längeres Beispiel ich glaube wir cutten einfach nochmal da haben wir zur Not drei kürzere Videos aber das ist wahrscheinlich besser als jetzt so ein Mammutviech dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal auch wieder beim Zuschauen beim Teil 2 dieses Videos beziehungsweise dieses Kapitels und sag einfach bis zum nächsten Mal wenn es dann weiter geht mit Normabschätzungen für spezielle Werte von P und Q in der Höldaumgleichung da werden wir uns noch ein paar von angucken und dann werden wir das Ganze mit dem Beispiel schließen das Kapitel mit dem Beispiel schließen wo es dann darum geht warum die Differentialoperatoren ein bisschen hässlicher sind in diesem Sinne wie immer Fragen, Anmerkungen, Kommentare unten drunter und ansonsten bis zum nächsten Mal Tschüss für auch das BD-Tchen die DifferentialNER